Russland TV, Russland, gehören uns sehen! Da es bei den Winterspielen in Sochi auf die Eistandswettbewerbe zugeht, wird es an der Zeit, über das jüngste russische Eistandspa zu berichten. Viktoria Sinitschner und Russland Shiganschen. Denn über die beiden etablierten Paarungen Babrova Solabiov und Ilinitschka Zapalov haben wir schon Filmporträts im Programm. Zur Zeit unserer frühesten Berichte waren Sinitschner Shiganschen außerhalb der russischen Eislaufszene noch nicht sonderlich bekannt. Sie sind das jüngste unter drei erfolgreichen Eistandspaarer vom Ostkau und wechselten erst in der letzten Saison aus dem Juniorenbereich in die erste Garde herüber, nachdem sie dort bereits Seniorenweltmeister geworden waren. Auch die ersten Seniorenauftritte brachten den beiden Erfolge wie Platz 3 bei den letzten russischen Meisterschaften und ebenso bei der Winteruniversiade in Trentino. Viktoria Sinitschner fand einmal gar nicht über ihre Liebe zum Eislaufen, zum Eistands, sondern wurde von den Eltern nach einer Mandelentzündung zur Stärkung ihrer Gesundheit beim Eislaufverein angemeldet. Ihre Familie besteht eigentlich aus Turnern. Seit dem Alter von zehn Jahren ist Viktoria aktive Eisdänzerin. Ihr Partner Russland kam ebenfalls über einen Umweg zu seinem Sport. Eigentlich begleitet er immer nur seine Schwester zum Training, fand dann aber Selbstgefall am Sport und ist Eisdänzer seit dem Alter von neun. 2008 hatten beide ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf einem internationalen Wettbewerb, als die 13 und eher 16 Jahre alt waren. Seitdem waren sie zunächst Teil der internationalen Junioren und dann absoluten Spitze des Eisdannes. Nun krönen sie mit ihrer Olympiateilnahme ihre bisherige Karriere. Favoriten sind sie keine, aber das sympathische junge Paar hat dennoch eine große Anhängerschaft in Russland, die jetzt ab morgen in Sochi die Daumen drückt. Musik Musik Musik